Wobei, Moment, ja doch. Hat sie sich nicht festgehalten. Wo muss ich denn hin? Ah, ich habe das verstanden, glaube ich. Auch wenn, wenn das nicht so nett ist. Ups, falscher Weg. Hopp, sehr schön. Und zwar muss ich da rechts auf diesen Stein drauf. Auch wenn ich dieses Sprunggedöns da schon wieder sehe, ne? Dann kriege ich schon wieder... Den Stein muss ich drauf, glaube ich. Okay. Dies kann jetzt ein bisschen dauern. Fuiiii. Beruhig dich, Lara, beruhig dich. So, da. Und von dem dann nach links an diese Kante dran springen, damit ich mich da herhangeln kann. Hoffe, das geht. Ich weiß nicht, wie ich sonst da hinkommen sollte. Oder kann ich einfach da unten hin? Ich könnte auch einfach versuchen, ob ich da unten hin komme. Einfach mal versuchen. Oh. Äh. Ach, ich habe nicht so viel Energie, ne? Vielleicht liegt es... Es könnte vielleicht irgendwie damit zu tun haben, dass das jetzt nicht geklappt hat. Vielleicht hätte es sonst geklappt. Wer weiß das schon? Ja? Wer, wer, wer weiß es schon? Wer weiß es schon? Wobei, weißt du was? Wir machen mal was anderes. Nicht bis ganz unten ans Seil, sondern hier so hin. Wo sie sich da natürlich nicht so herhangeln kann. So feste. Sieht man ja vom Schwung her. Das bringt also nicht viel. Ich muss schon nach unten. Denn nur hier kann sie ihren Power... Schwung... Katapults, Jumps, Gedöns, Pömpelfiech... Moment. Kann ich mich nicht einfach dahin hangeln? Also dahin springen und dann da herhangeln? Das geht doch auch, oder nicht? Müsst du doch eigentlich gehen. Denke ich mir. Ja, ist gut. So, und jetzt hier nach links hangeln. Das müsste doch eigentlich gehen. Und jetzt hier nach links hangeln. So. Scheiße. Obwohl, warte mal. Was ist denn, wenn ich mich jetzt hier runter lasse? Okay, das bringt also nichts. Okay. Nächster Versuch. Mit mehr Energie da unten hin. Aber wenn ich da unten bin, bringt mir das alles nichts mehr. Dann komme ich doch... Obwohl ich komme da drauf, aber... Sehr schön. Hat es echt daran gescheitert? Ja. Tatsache. Beziehungsweise... Fressen wir einfach nochmal eins. So. Die alte Mole. Das wird nämlich hier sehr ätzend. Da, 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 da. Ähm. Wird lustig. So nicht. Nein. Also es wird hier Sprung Action. Wo geht's denn hier hin? Kommt hier noch irgendwas Tolles. Können wir rumgehen, oder? Bringt uns jetzt... Oh. Wie schnell man sowas einfach mal übersehen kann. Weil das Problem ist bei mir halt... Da seht ihr vielleicht jetzt hinterher in der fertigen Aufnahme, weil das Bild da normal ist. Aber für mich, wenn ich das aufnehme, ist es halt... äh, gekroppt. Ist abgeschnitten zum Teil. Moment, kann ich hier das nicht beschleunigen? Nein. Okay. Okay. Ihr seht aber wohin das führt. Also... Das möchte ich jetzt aber noch ein bisschen versuchen hier. Nee. Das ist... Ich muss mich links hinstellen, wa? Moment. Ich muss mich ganz links hinstellen. hier so. Und sie dann nicht sofort springen lassen. Das ist das Problem. Ich speichle jetzt nochmal hier oben drauf. Und dann müsste sie sich da oben festhalten. Und dann da hochziehen. Dann geht das. Na, ihr versteht. Das ist... An diese Stelle konnte ich mich auch noch gut erinnern, ehrlich gesagt. Ups. Ich muss eigentlich im letzten Moment, wo ich glaube ich abspringen. Und es irgendwie hinkriegen. Und es irgendwie hinkriegen. Nee. Wie ging das denn eben nochmal, dass sie rückwärts dann gesprungen ist? Moment. Das kann jetzt noch ein bisschen dauern. Wie dreht sie sich da rückwärts hin? Na, fast, 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 fast. Muss sie gar nicht, muss sie gar nicht. Nee. Nee, 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 nee. Nee, das ist fast, fast von der Kante da oben noch nicht so ganz. Fuck. Das ist aber auch echt eine enge Geschichte. That's what she said. So eng, dass ich manchmal zu spät auf springen drücke. Ach, jetzt ist sie wieder. Huh? Irgendwie durfte ich gerade nicht auf Escape drücken. Ich bin gerade aus dem Spiel rausgeschmissen worden. Ich probiere das einfach nochmal ein bisschen hier. Vielleicht spule ich das auch hinterher vor. Und ja, ich bin dann jetzt glaube ich auch erstmal still und falls das ein bisschen länger dauert, spule ich das vor. Ich lasse das jetzt einfach mal alles drin. Ich bin gerade zwei. Ich bin gerade der Kante. Ich bin gerade der Kante. Geht, bleib. Ich bin gerade der Kante. Ich bin gerade der Kante. Ich bin gerade der Kante. Und als wir jetzt auch noch einmal nach unten in die Kante. ich will speichern ich will speichern kann ich mich hier her schleichen oder muss ich da es geht oh leute okay muss doch nicht viel rausschneiden geil ich möchte jetzt hier noch ein bisschen weiter kommen ich weiß auch nicht wer da immer so rumquarkt also nicht bei den unten sondern so genau hier ist aber auch ein Schildweller du die Viecher drehen gerade ein bisschen am Rad was ist das kann nichts machen ähm ich weiß doch ich weiß was das ist aber warum nimmt sie das nicht das ist kreide das dürfte die kreide sein die wir brauchen warum nimmt sie die nicht ich glaube ich habe irgendwas vergessen und muss das alles noch mal machen echt jetzt leute jetzt ernsthaft das kann mir jetzt nicht vorstellen man kann mir vieles nicht vorstellen wenn der tag lang ist aber warum nimmt sie denn nicht einfach dieses stück kreide ich habe hier ich kapiere das nicht ich speichere jetzt hier noch mal geht es hier runter und ja ein bisschen oder geh doch einfach hier runter die fackel aber was bringt mir das kann ja nicht mit mit das hinten mit hinnehmen ist hier irgendwas noch leute ich meine ich werde heute sowieso nicht mehr so lange machen ich habe ja schon extrem überzogen weil ich halt einfach gerade bock hier habe ich überlege mal ein bisschen habe ich irgendwie was vergessen habe oder ja oder ich schaue halt mal ein bisschen rum mal gucken mal schauen bis später so ich melde mich noch mal von hier habe eigentlich nicht viel gemacht ich bin von da unten hier einfach noch mal hochgegangen weil ich eine vermutung habe auch die möchte ich gern mit euch zusammen ausprobieren weil ich versuche das immer so im ausschlussverfahren zu machen da oben haben wir noch einen ort und da okay wir müssen dahin und da schätze ich doch mal stark dass wir über das seil dahin kommen jetzt muss ich erstmal ein bisschen beruhigen dann ein bisschen drehen so und da müssen wir hin und da mit der brechsteine können wir bestimmt noch dieses kreidestück loswerden los machen scheiße wo bin ich jetzt hier gelandet überhaupt was so okay also so nicht hallo ja ist ja gut so weil ja das ist der weg das heißt wir dürfen das ganze gelumpe da hinten auch noch mal machen ich freue mich vorwärter ist toll was für ein gelompe ich hoffe einfach mal mit trick 17 mich jetzt daran hängen zu können nein ach da jetzt erstmal hinzukommen das wird jetzt spannend so danach kommt doch glaube ich nicht mehr als viel mein ich deswegen möchte ich das ganz gerne weiter hier hinkriegen schrug und und schrug sehr schön So, jetzt haben wir hier eine Brechstange Und vielleicht mit etwas Glück Kommen wir von hier Auch so hier runter, dass wir uns da hängen lassen können Oh, wie geil Ich weiß nicht, ob das so verabsichtigt war, aber ich feiere das gerade, dass das geht Und jetzt können wir auch das Kreidestück abmachen Mit dem Eisen Cool, dann auch nicht nochmal das ganze Gelumpe machen Ach, cool Denn das ist ein Stück Kreide, genau So, und jetzt müssen wir wieder zurück Zum Anfang So Und dort was hinmalen Und viel kommt dann auch Also sonderlich viel kommt dann hier auch echt nicht mehr jetzt gleich So Hoch da Und zurück Sehr schön Genau Das ist wahrscheinlich das Haus vom Nikolaus oder so Und jetzt ist es so nein ja ich glaube ich mache doch beim nächsten mal weiter weil da kommt doch noch ein kleines stück fällt mir gerade ein auch wenn ich lust hätte weiter zu spielen vielleicht mache ich das anders vielleicht spiele ich heute noch mal ein stück weiter oder was mal schauen auf jeden fall jetzt erstmal hier schluss bedanke mich fürs zusehen sehr geil es ist eine sehr coole geschichte hier und ich hoffe es gefällt euch genauso gut wie es mir gefällt von der ganzen aufmachung her hat auch so ein bisschen so so ganz 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 klein wenig medieval style finde ich vom vom von der atmosphäre von manchen orten hier so ein bisschen spooky aber doch irgendwie auch ziemlich geil ja haut rein und bis zur nächsten folge von tomb raider die chronik mit mir eurem day falls es euch gefallen hat lasst mir ein kleines like da würde mich freuen gerne auch einen kommentar und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten mal und tschüss